Hallo, ich befinde mich in Schwenningen vor der Helios Arena, Heimat der Schwenninger Wild Wings. Aromadeck ist offizieller Medienpartner der Wild Wings und wir haben für die Wild Wings das offizielle Intro-Video produziert, das bei allen Heimspielen der Schwenninger Wild Wings hier in der Helios Arena auf dem Videowürfel gezeigt wird. Das komplette Intro-Video können Sie sich auf unserer Homepage anschauen oder noch besser natürlich hier live direkt bei einem Heimspiel der Wild Wings in der Helios Arena. Wir haben übrigens für zahlreiche Sponsoren der Wild Wings Werbespots für den Videowürfel, aber auch Image-Videos und Recruiting-Videos fürs Internet produziert. Auf geht's! Liebe Chefs, schenken Sie sich und Ihren Mitarbeitern das Kaffee-Wohlfühl-Lächeln mit einer Kaffeemaschine von Rundum Kaffee. Bist du ein ganzer Kerl? Dann bewirb dich jetzt! Klicken Sie doch einfach unsere spezielle Wild Wings-Seite an. Da können Sie alle Videos in aller Ruhe anschauen. Sie brauchen sich übrigens keine Sorgen um die sportliche Zukunft der Wild Wings zu machen. Die 62 auf meinem Rücken ist lediglich mein Geburtsjahr. Ich habe keine Ambitionen, aktiv ins Spielgeschehen einzugreifen. In diesem Sinne eine gute Zeit. Wir sehen uns. Bis bald! Wir sehen uns.